Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Video und zwar seht ihr hier Bauschi und sie schläft langsam ein, während sie sitzt. Na, da kommt er da mit ihren Krallen und hat aufgewölkt, Bauschi ist einfach so hingegangen und hat sich einfach hingesetzt, wie alle Squatish-Fold-Katzen. Und jetzt ist sie hier und sie ist kurz eingeschlafen, dass wir irgendwelche ein Video machen, aber sie wird natürlich immer wach, weil Bela zum Beispiel ist hier gerade vorbei gegangen. Und es gibt so viele Dinge, die sie wach machen, aber es schläft sie wieder ein. Oh, jetzt wird auch noch Bela rum. Oh mein Gott, Baby. So ein dickes Beuchle, da hat sie schon. Jo, Bauschi, nein. Oh, hier seht ihr ihre großen Augen. Nein, Bauschi. Also, Bela hat Bauschi gesucht und das finde ich, dass sie mir auch, weil sie dem anderen Kätzchen weg sind, also alle drei, weil wir haben ja noch Bauschi, sucht sie oft Kätzchen. Und wenn Bauschi irgendwo schläft und sie weiß es nicht, dann sucht sie natürlich auch. Deswegen jaht Bela rum und es ist Bauschi aufgewacht. Aber ich hoffe, euch hat es euch kein Video gefallen, weil es so echt ist, wie sie geschlafen hat. Und das war's dann mit unserem Video. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.